Hallo und willkommen zu meinem 360 Grad Video. Hier möchte ich euch die Möglichkeit geben, mir bei meinem ersten Drechselkurs über die Schulter zu schauen. Alex und Andi sind auch mit an Bord und unser Lehrer ist Stuart von Rekord Power. Da es sich hierbei um ein 360 Grad Video handelt, könnt ihr euch natürlich frei im Raum bewegen. Noch ein kleiner Tipp, dreht bitte die Auflösung so hoch wie möglich, da bei 360 Grad Videos immer eine hohe Auflösung erforderlich ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem kleinen Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017